Hallo ihr Lieben, hier ist eure Sandra wieder. Heute möchte ich euch das neue Buch vorstellen, Abnehmen mit dem Ernährungsmaß, richtige Portionsmengen. Der Hintergrund von dem Buch ist, dass ihr schöne Bilder und Illustrationen dabei habt, also nicht einfach nur immer den Text, sondern dass ihr einfach für die, die gerne Bilder mögen, auch ein bisschen was an Bildern sehen könnt. Ihr bekommt das Ernährungsmaß erklärt mit den Portionsmengen. Ihr könnt es ja mit der Hand definieren oder mit Alltagsgegenständen. Es sind verschiedene Kategorien vorhanden, wie die Portionsmengen für Getränke, für Milchprodukte, Obst, für Gemüse. Ihr könnt es auch für den Bereich Fischfleisch, Geflügel nutzen. Die Angaben, die ihr findet, sind immer für eine Person pro Tag. Das hat den Vorteil, dass ihr das Ernährungsmaß ja direkt in den Alltag integrieren könnt. Ihr findet natürlich noch ganz viele andere Kategorien wie Süßes, also zum Thema Schokolade oder Chips oder Gummitierchen, findet ihr endlich mal Portionsangaben. Ich weiß, dass das sehr innovativ ist, weil ich wurde ganz häufig nach diesen Portionsmengen gefragt und wir haben uns die Fachliteratur angeguckt und all die ganzen Empfehlungen, die es alle gibt, aber leider finden sich nirgendwo Angaben, wie viel Wurst auf Brot, wie viel Chips, wie viel Schokolade, was überhaupt alles erlaubt ist. Damit ihr die Portionsmengen jetzt habt, ist das Ernährungsmaß erfunden worden. Schaut einfach mal vorbei. Ihr könnt bei Qtube vieles finden zum Thema Ernährungsmaß. Ihr könnt bei Soundcloud was finden, bei Instagram, im Etsy-Shop, dem Rosefröhlich-Shop findet ihr die Produkte noch, die euch im Alltag helfen oder bei Twitter oder TikTok. Schalt einfach vorbei, wo ihr Lust habt. Mehr zum Ernährungsmaß und all unseren Ideen von Rosefröhlich. Ich sage erstmal danke fürs Zuhören und freue mich auf euch. Danke, bis dann einen schönen Tag noch. Liebe Grüße, eure Sandra und Tschüssi.